Gute und herzlich willkommen zurück im Let's Play The Gang in der intergalaktischen Raumfahrtprogramm vom Büro Nummer 16. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben uns jetzt hier mit den zwei Toröffnungsgedöns durchgekämpft und sind jetzt straight up auf dem Weg zu diesem Konstrukt. Und ja, so ein bisschen die Storyline ist, dass es wie die Matrix funktioniert hat, ne? So ein bisschen. Also, die leben in der Kapsel und im Kopf fühlen sie sich wohl und leben wie in der Matrix. Neuer Ort, die Gartenbrücke. Nach dem Garten sieht es für mich aber nicht aus hier. Ein bisschen futuristisch und es ist auch einfach nacht geworden. Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Oh, ich laufe einfach zwischendrin. Auch gut. Okay, wir sind hier voll durch... Oh, ich glaube, wir haben das Herz von Gunk gefunden. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht hier. Rotes Licht. Grünes Licht. Alright, hier wir gehen. What the heck? What the heck? Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Der Garten. Jetzt sind wir im Garten. Das sieht ja gar nicht nach dem Garten aus, Leute. Wahnsinn. Okay. Welt. Ich sag's immer wieder. Welt. ja finde ich das kriegen wir schon irgendwie hin eine tafel mit inschriften eine außerirdische sprache okay dann also so wie ich das verstanden habe müssen wir das wir aktivieren wir mal gespannt und die hat ein bisschen eine mischung hier von star wars mit diesen fenstern kommt auch nicht durch durch schießen kann ich auch nicht mehr wie in die dunkle bedrohung wo das darf maul gegen die jedis kämpft habe ich das gerade richtig verstanden sie pierce in the pants nee oder ist das so ein sprichwort ist ja witzig ach ja so hier geht's hoch wir sammeln das mal schön ein alles jawohl ich glaube da da ist irgendwas im busch die hat sich die ganze zeit sorgen gemacht und jetzt ist sie reserviert und abgekühlt hoffentlich wird sie nicht als geisel genommen hier können wir wieder was pullen das sieht schon mal nicht schlecht das ist die gleiche mechanik wie vorhin jetzt geht's los leute jetzt geht's los und er lädt schon wieder er ist ganz schön viel gelade das heißt nichts gutes bin ein bisschen aufgeregt jetzt geht's richtig vorwärts baumschulen aufzug ja 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 Das ist genau das, was ich spreche. Du nicht schaust über deine eigene Nose. Und wenn ich versuche zu erklären, du mich verraten. Es ist nicht, dass ich dich nicht glaubte. Aber du... Mach das. Wir müssen... ...ein Problems. Bex... ... die Radio ist weg. Wenn du nicht... ... ich könnte... Bex... Ich glaube, dass das der Gang ist. Und nicht die richtige Bex. Das ist zu emotional auf einmal. Auch verdächtig ruhig, ne? Verdächtig ruhig. Nur mal kurz gucken. Ob es vielleicht noch ein bisschen Loot gibt. Es ist jetzt wenig passiert in den ganzen Abschnitten. Kaum Aufgaben. Oder ich habe sie einfach mega übersprungen. Die Kuppel des Geistes. Was ist das? Hm. Ja. Hat sie recht. Kommen wir jetzt zum Endboss. Oh shit. Oh shit. Okay. Okay, Pumpkin. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind nicht weg. Wir sind weg. Keine Alternate der Anbisung. Das gilt doch aus. Ui, ui, ui. Oh, man. All right, let's do this thing, Pumpkin. Oh, shit. Oh. Keine Ahnung, was ich machen kann. Ich glaube, wir sind jetzt hier tatsächlich beim Endboss. Uff. Uff. Komm doch. Fang mich doch. Uuhu. Das war knapp. Das war knapp. Oh. Jetzt hat er mich aber erwischt. Mist. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn damit treffe. Wahrscheinlich bringt das gar nichts. Gibt es bestimmt irgendeine Mechanik hier hinten dran. Ach, ich muss fliehen. Oh, shit. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte es auch nicht jetzt lesen, was sie gesagt hat. Da ist zu. Da kam ich her. Äh. Ne, hier kam ich her. Aber da ist auch zu. Habe ich hier. Das Pipe. Seems empty, hat sie gesagt. Muss ich da irgendwas ziehen? Ah. Okay, 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 okay. Oh, geschafft. Schnell weg da. Let's go. Das ist sehr aggressiv für den Gärtner. Da bin ich... Das kann ich nicht akzeptieren. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Was ist passiert? Wo bin ich? Verdammt, meine Maske ist broken. Oh man, das war jetzt wild. Jetzt gucken wir mal noch einen Ticken. Das ist jetzt so spannend, ich will eigentlich gar nicht aufhören. Deswegen machen wir noch ein bisschen. Das war wild. Oh, es wird dunkel. Und es lädt wieder. Ganz allein. Gehe zum glühenden Licht. Okay, das machen wir noch. So, der wird jetzt von uns getriggert. Habt ihr es gesehen? Kann das sein, dass das uns heilt? Okay, aber wo geht es jetzt hin? Naja, okay. Also, es ist ganz schön wild jetzt hier gerade. Wir haben unsere Maske verloren und wir machen mal hier jetzt einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Würde ich mich sehr freuen. Habt eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.